Willkommen zurück zu Let's Build a Compiler. In der letzten Folge haben wir in unserem Visitor eine Undeclared Variable Exception eingebaut, die uns bei einem Zugriff auf eine nicht definierte Variable genau sagt, was Sache ist. Und zwar inklusive Zeilnummer und Spaltnummer aus unserer Datei, in der der Zugriff erfolgt. In dieser Folge werden wir unsere Exceptions so ausweiten, dass es auch für andere Formen von Fehlern taucht. Außerdem werden wir eine Exception für doppelt definierte Variablen hinzufügen und uns ansehen, was eigentlich passiert, wenn wir unseren Compiler ohne Test mit einem fehlerhaften Quelltext filtern. Wir haben hier auch noch diese var-Declaration. Da habe ich eben gesagt, da ist es natürlich gut, wenn die Variable nicht deklariert ist, weil wir wollen sie ja nicht zweimal definieren. Aber genau das ist eben auch noch ein Punkt. Sie sollte nicht schon existieren. Wenn die Variable schon existiert, sollten wir auch einen Fehler ausgeben. Also erweitern wir wieder unsere Spezifikation. Nehmen mal wieder diesen Test-File hier als Template. Und dann sagen wir hier, wir haben int x. Und dann haben wir in der nächsten Zeile nochmal int x. Nehmen wir hier lieber den System-Line-Separator. Das ist jetzt ein Fehler und da sollten wir jetzt sagen, nicht throws undeclared Variable Exception, sondern throws Variable Already Defined Exception dann müssen wir natürlich hier unsere Expected Exception auch noch anpassen. Also es ist nicht mehr undeclared Variable, sondern Variable Already Defined. Und auch unsere Expected Exception wird sich ein wenig ändern. Und zwar ist der Fehler jetzt hier in der zweiten Zeile und dann an Position 1, 2, 3, 4. Und da haben wir jetzt Variable Already Defined. Vielleicht noch ein Doppelpunkt, dann macht der Satz mehr Sinn. Auch diese Exception müssen wir jetzt anlegen. Wieder in unserem Source Directory und zu unserer anderen Exception. Und jetzt brauchen wir hier natürlich ganz ähnliche Dinge, wie wir auch in unserer Undeclared Variable Exception hatten. Also die Line und die Column. Und deswegen macht es Sinn, wir nehmen da eine gemeinsame Superklasse. Also erstellen wir hier noch einmal eine neue Klasse. Und dann nennen wir die hier Compile Exception als eine Superklasse für alle Exceptions, die während unseres Kompiliervorgangs auftreten. Und die bekommt jetzt einige der Features, die bis jetzt in der Undeclared Variable Exception vorkamen. Nämlich sie leitet von der Runtime Exception ab. Dann bekommt sie hier auch Line und Column. Und die beiden Felder machen wir dann protected, damit wir in den ableitenden Klassen darauf zugreifen können. Und dann werden wir auch den Constructor hier noch einfügen. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt ein VarName Token, deswegen nenne ich die Variable auch nur Token, weil wir wissen nicht, was das für ein Token ist. Und den VarName können wir hier natürlich auch nicht verwenden. Denn der Name muss noch angepasst werden. Und dann ist gut. Dann wird jetzt hier die Undeclared Variable Exception nicht mehr von der Runtime Exception ableiten, sondern von unserer Compile Exception. Und wir werden hier das Line und das Column rausschmeißen. Und das hier auch rausschmeißen. Und stattdessen an unsere Super Constructor delegieren. So, damit ist unsere Klasse schon mal ein bisschen kürzer geworden. Und in unserer Variable Already Defined Exception sieht das jetzt so ähnlich aus. Da leiten wir ebenfalls von unserer Compile Exception ab. Wir fügen einen Constructor ein, der das Variable Token bekommt. Und an die Superklasse delegiert. Und der hat auch einen Variable Name. Und auch hier brauchen wir dann noch eine Get Message Methode. Die sieht der hier ein wenig ähnlich. Deswegen klaue ich die mal hier. Nur, dass es jetzt nicht heißt Undeclared Variable, sondern Variable Already Defined. So, hier fehlt mir noch das Import. STRG-SHIFT-O. Dann kriegt ihr die Auto-Imports. Nehmen wir das V4-Token. Und dann müssen wir diese Exception natürlich auch noch werfen. Dafür gehen wir also wieder in unseren Visitor. Und gehen dann zu Visit-Var-Declaration. Und da schauen wir jetzt vorher einmal nach. If Variables.containsKey. Und jetzt von unserem Kontext Var Name Get Text. Also wenn diese Variable schon definiert ist, dann schmeißen wir eine Variable Already Defined Exception. Das New ist ganz wichtig, nicht vergessen. Und übergeben Kontext. Punkt Wahr Name. So, dann führen wir unseren Test mal wieder aus. Und sehen, ich habe was vergessen. Nämlich hier. Da ist hier nur Null angekommen. Das habe ich also offensichtlich mal nicht richtig initialisiert. Und da könnt ihr schon mal wieder sehen, dass so eine Spezifikation in Form eines automatisierten Tests sehr hilfreich ist. Denn wenn man solche Kleinigkeiten vergisst, dann findet man die sehr schnell. Also gehen wir zurück zu unserer Variable Already Defined Exception. Und schreiben dann hier auch noch, dass der Var Name bitte von dem Variable Name Token aus initialisiert wird. Dann führen wir den Test nochmal auf. Und diesmal hat es geklappt. Alle Tests sind in Ordnung. Auch unser neuer throws Variable Already Defined Exception Test. So, dann möchte ich euch nochmal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn wir unseren Compiler sozusagen normal ausführen, mit Hilfe von unserer Main Klasse. Und ein Fehler auftritt. Also werden wir unsere Code.demo Datei anpassen. und hier jetzt mal reinschreiben Printline X und dann werden wir unsere Main einmal ausführen. Dann schauen wir uns an, was da jetzt bei rauskommt. Wir sehen jetzt hier also eine Exception in Main mit einer Undeclared Variable Exception in Zeile 1 an Position 8. Da haben wir jetzt eine Undeclared Variable X. Jetzt können wir daraus sehr gut ablesen, was wir falsch gemacht haben. In dieser Folge haben wir gelernt, wie wir Exceptions im Visitor für unterschiedliche Fehlertypen verwenden können. Eine gemeinsame Superklasse für alle Kompilierungsfehler kann die Zeile und Spalte des Fehlers speichern und spezifische Fehlerdetails können in ableitenden Klassen untergebracht werden. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir außerdem einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und ein Abo, damit ihr keine neue Folge verpasst. Vielen Dank an Garderole, der mir für die Aufnahmen sein Studio zur Verfügung stellt und euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Yenki. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's build a compiler. Vielen Dank.